Die Welt der Neuerscheinungen. Und ich bin dafür da, diese zu testen. Viel Spaß mit dem Video und lasst doch gerne ein Abo da. Ich kriege sie auch nicht ausgeschalten. Ich habe wieder richtig Lust auf dieses Format. Schön, dass ihr einschaltet. Vergesst das Abo Ding nicht. Und besonders auch ein Kommentar. Würde mich sehr freuen. Danke, let's go in die Geschichte. Ich soll es auswählen, wer zuerst die... Ach, ich nehme mal den. Ich möchte gar nicht viel dazu sagen. Ich möchte auch wirklich einfach nicht viel dazu sagen. Okay, wer stirbt hier bloß zuerst? Da ist eine Wand. Ich würde sagen, diesmal er. Einfach random. Wo man die Kuh steigt. Oder? Ist das genial. Es ist halt wieder... Also es ist ja geisteskrank. Holy shit. Weiter geht's. Ja, er war er, weil er zuerst geschlagen hat. Also er hat angefangen zu schlagen. Müsste Sinn machen. Aber der andere ist tiefer. Und er stand ja auch anders. Ja, also es ist krass. Es ist krass. Es ist ein richtiges Game. Wo man auch ein bisschen was lernt. Also finde ich schon wieder heftig. Finde ich geil. Finde ich geil, bin ich ehrlich. Finde ich super. Danke. Ja, der mit Geld stirbt zuerst, weil das ist ja Liebe. Ach, der ist dem Geld hinterher. Ah, nein, ich habe IQ verloren. Nur noch 122, Chat. Scheiße. Machen wir jetzt. Wie soll ich schon wieder Chat gesagt? Scheiße, ich bin es einfach gewohnt. So, jetzt aber. Was zum Fick passiert hier? Ich kann alles nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ey, wirklich. Ich setze mich hier hin. Immer vier Stunden für zwei Videos. Und ich bin danach so im Arsch. Ich weiß gar nicht, warum. Ich verstehe gar nicht, warum. Was? Was? Wer stirbt zuerst, wenn diese Person. den Felsen nach unten drückt. Er könnte sich ja dann eher. Oder? Keine Ahnung. Also ich hoffe, dass das jetzt so läuft, dass das. Schade. Ich habe gedacht, die Füllung geht in seinen Hirn, Hirn, Schädel rein. So, wisst ihr? Meine Fresse. Was tue ich mir hier an, ey? Boah, ist das geil. Falsch. Nein, ich bin Kacke im Kopf. Ja, das wissen wir alle, oder? Wissen wir das alle? Schreibt mal in die Kommentare. Sie sterben. Ich finde das geiler, wenn sie sterben würden. Wahrscheinlich stirbt der Fahrradfahrer. Boah, was ein Mindfuck, Alter. Was ein Twist, ey. Das ist ja richtig, richtig krass. Geil. Perfekt. Ich freue mich doch. Boah, ich hoffe, dass es nicht Copyright die Scheiße. Was? Was hat der da? Ja, weil wegen Totenkopf, ich würde sagen. Ja, er stirbt zuerst. Ich werde hier gefickt. Das ist doch scheiße. Ja, ich habe es verstanden. Er ist tot. Mach weiter. Ich bin Profi. Man, ich mache doch nur Spaß. Ich hätte das alles gewusst bis jetzt. Er hat einen Riesenball. Er hat einen Stuhl. Ja, dann... Aha. Okay, er kommt mit einem Riesen-Knife. Er hat wieder einen Stuhl. Wer stirbt jetzt zuerst? Ach so, ja. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Kalaschnikow. Mhm. Also das Messer wird ja wohl hoffentlich nicht die Kalaschnikow kaputt schneiden, oder? Der wirft die jetzt nicht, oder? Ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen. Er wirft die Kalaschnikow. Wieso? Ich meine, das war der Vorspann, ne? Ich hätte das so checken können, dass die das werfen. Aber das macht doch gar keinen Sinn. Wer macht denn sowas? Meine Fress geht die ganze Zeit. Ach, schief, Menzi. Es ist doch einfach nur zum Kotzen. Ja, okay. Er ist krass. Er macht die kaputt mit One-Click-Dings. Ja, da, weil die Axt länger ist, ist geil. So, Digga. Oh. Na, er ist halt nicht am Geschütz. Also wird er zuerst sterben. Digga, der Kopf guckt raus. Also mein Verstand hat gerade meinen Körper verlassen. Ich weiß nicht, ob man das die letzten Sekunden gesehen hat. Das ist ja übel. Ehrlich. Okay, cool. Ja, wieder was gelernt fürs Leben. Das ist heftig. Vielen Dank dafür. Boah, Junge. Ich muss einen Preis kriegen, weil ich sowas spielen muss, wirklich. Dieser Dreckswürfel, der das immer entscheidet. Ich weiß gar nicht, ob ich es am Anfang gesagt habe. Ich glaube aber schon. Alle Neuerscheinungen bei Steam. Ich lasse einen Würfel entscheiden. Ein 30er Würfel. Und dann muss ich das Game spielen, was der quasi auswählt. Button jetzt. Ja, der stirbt. Und dann muss ich den Um. Ass! Ich kann ihn zuschauen. Untertitelung. Ich kann ihn nicht sagen. Ich kann ihn ja etwas tun. Das ist es nicht so gut. Ich kann ihn nicht sagen. Ich kann ihn nicht so gut machen. Ich kann ihn nicht sagen. mein leben einfach ja die geht es aus motorrad weiß krasser es kommt wieder so was so ein ding weiß einfach die wieder die musik ist einfach gelobt die 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 Kick die runter. Nee, Alter. Ey. Ja, jetzt wissen wir zumindest, dass das Copyright Musik ist. Ja, der schneidet das Seil ab, also stimmt er zuerst. Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen, das war einsame Spitze wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bitte empfehlt mich doch einfach weiter, denn so großartige Games gibt es nur bei mir zu sehen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Herr Seenlos und wichtig ist, schaut auch gerne bei Twitch vorbei. Tschüss.